Blu, Orange und ich sprachen eben über dein Verhalten in den letzten Tests. Tja, das stimmt. Blu werden 75 Kollaborationspunkte abgezogen. Ha, du hast 50 Punkte verloren. Und, es hat gerade geklingelt. Und hier wackelt's. Oh. Oh, Earthquake. Oh. Hä, da kommt der Schatten her. Hier, guck mal. Hier unten. Oh. Sieht aus wie ein Penis. Scheiße. Fass. Auch nochmal. Okay. Die leuchten. Wenn ich hier drauf drücke. Ach du Scheiße. Bist du. Hö. Was haben wir da oben? Ah, da sind wir hier kommen in der Gegend. Äh, gibt's hier irgendwo eine Sprungplattform oder sowas ähnliches? Äh, hier unten ist was. Ähm. Also das heißt keine Sprungplattform, aber... Ah, äh. Mindfuck, Treffel. Okay, pass auf. Du. Machst mal eins da hin. Und eins da hin. Ich guck mal kurz, ob ich dich irgendwie mit ein bisschen... Und jetzt am Lauf. Jetzt noch ein Rücken. Wow, Steven. Du Hacker. Was? Jetzt geht's besser. Du, aber anders würde ich dich ja gerade, glaube ich, eh nicht durchspringen. Also... Probier's einfach. Ich... Garantie, reicht der Schwung dafür nicht aus. Ich glaube es auch nicht. Egal, wo wissen wir da. Ah, ich weiß aber wie. Ich hab ne Idee. Verdammt. Ich muss... Ich muss auf den Knopf sprechen. Ich hab die Decke. So, da ist das hellblaue und das hellblaue. Muss... Hier... Nein, da muss ein dunkelblaues. Steven? Ja. Mach hier schon mal eins hin. Okay. Und ich mach das gleich unter dir weg, dann musst du unter dir das andere machen. Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. Drei, zwei, eins. Hui! Wow! Yeah. Das war perfekt. War das. So, jetzt muss ich nur... Nee, nee, ich muss mit hochkommen. Ja, deswegen. Deswegen sag ich ja gerade, ich muss jetzt nur... Ah! Warum hast du mir das Ding nicht einfach runtergeschmissen? Weil ich gerne da hochgehe. Moment. Was hab ich da? Hellblau. Das heißt, es ist ein bisschen dunkelblau. Äh... Geht mir jetzt zu zweit. Ich glaub, das geht nicht gut. Doch, doch. Das wird schon funktionieren. Mein rotes ist aber jetzt da vorne. Ja, das heißt, du machst... Ja, ich kann aber nicht an dir vorbeischießen. No, nee. Ah! Ja, und wer macht jetzt das andere Porto? Ja, ich hab... Ich wollte eigentlich abzählen, Steven. Okay. Okay, jetzt aber. Jetzt aber. Ich hab das Gefühl, das klappt jetzt. Dann gehe ich zuerst mal hoch. Damit du keine Angst hier hast. Und ich schieß zuerst, du schießt nach. Okay, verdammt. Bereit? Jo. Äh, hab ich jetzt das... Äh, ich probier's einfach nicht. Ja, hab ich. Au. Bo. Äh, wo willst du? Denk an dem Boden geknallt. Aber warte mal da oben, warte mal da oben, warte mal da oben. Ja, ja, ich bleib oben. Welche kannst du alle anvisieren? Äh, das... Das... Und das... Und das andere... Eventuell auch. Also ich weiß nicht genau. Ja, das langt. Pass auf. Also das da kannst du auch anvisieren? Ja, ja, das seh ich. Okay. Moment, mein rotes ist noch da, ja. Gut, ob du deine rotes triffst, ist dir jetzt gerade sogar egal. Bereit? Ja. Drei. Ja. Zwei. Hui. So. Ah, das war. Hui. Zwar ist für diese Tests Teamarbeit nötig, aber ich glaube nicht, dass ich euch im Zweierpack vertraue. Klar, das ist mit dem Lipp trauen. Ja, das ist mit dem Lipp trauen. Ja, das ist mit dem Lipp. Habst du bei mir was gesagt? Ja, ja. Die ignoriert mich. Alter, scheiße. Sie hat gesagt, sie trau... Ähm, alleine werden wir besser und im Zweierpack traut sie uns nicht. Ist doch viel Luft mehr, also... Da ist Pöses im Busch. Nein, Doris im Busch. Äh. Lauf! So. Sag was. GLaDOS. Fehlt mal die Klappe? Oh, Mann. Oh, Gott. Ich habe leider den Anfang verpasst. Ich erzählte gerade der Montageeinheit, dass ihr immer menschlicher werdet. Wir denken, es reicht. Ja, halt einfach die Fresse. Nein, tut's nicht. Halt einfach die Fresse. Oh. Und zurück. Boom. Ich fahre auf den Punkt, sehr gut. Will ich die ganze Zeit hinherspringen oder erst mal hilfst zu überlegen, was wir überhaupt da machen müssen? So. Ich weiß nicht, was jetzt ist, aber... Ich hoffe mal, du machst... Wow. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade mache, aber ich glaube, ich habe was Gutes gemacht. Hier muss ein Laser rein. Und der Laser ist da oben irgendwo. Der ist, um genau zu sein, hier. So. Gut, jetzt wissen wir immerhin schon mal, wie es aussieht, dann komme ich nochmal runter, ne? Hm. Ja. Muss auch gucken. Scheiße. Ja, hier muss nur der komische Laser rein, und zwar durch dieses... Oh. Ehe. Boah, haben wir Glück gehabt. Warte mal, ich muss nochmal da rüber. Verdammt. Wie kommt man da hoch? Dieben, kannst du... Hier eins? Ja. Ja, ich kann das auch da oben hin machen. Jetzt mach erst mal deins wieder. Ne, ne. Ne, ne. Ich habe meins... Da oben, wo es sein soll. Da, wo der Laser rauskommen soll. Da, irgendwo an der Wand. Hier, irgendwo. Ich brauche jetzt eins von dir hier. Und hier. Ja, und weiter, da kommst du nicht dran. Wie? Ey, da kommst du nicht dran, das muss ich so hoch machen. Da fliegst du... Never dran. Okay. Okay. Dann... Moment. Dann... Moment. Dann... Da hin und das andere Wohin? Naja hier wieder Oder wie war das eben? Ja genau Halt, ich muss mein gelbes tiefer machen So, jetzt müsstest du eigentlich hinkommen, oder? Ja Ähm Ich drück hier mal drauf Mhm Oh Kannst du Warte, warte, das mach ich Wow, ist das tief Wow, ist das tief Scheiße, jetzt musst du dein gelbes versetzen bitte Ähm, ein bisschen weiter nach links Also nach hier Nein, du musst dein gelbes versetzen Da fällt ein Ball runter Ja Ja, ich weiß, ich stehe genau Jetzt stimmt's Huch Huch, falscher Knopf Huch Schwui Komm her, mein Bällchen Schweb schneller, Alter, ich muss aufs Klo Tch Da geht er ab wie ein Ferrari Eher wie ne Ente Wie ne Ferrari Ente Wie ne Ferrari Ente Sowas gibt's Sicher doch Alles klar Alles klar So Shit Da kam grad der Laser durch Was machst du grade? Lasers Jod Ah, scheiße mach mal irgendwas weg Ah, ich muss mein Danke Jod So, mein Dunkelblaus lass ich jetzt hier Also ich brauch mein Hellblaus beim nächsten Ja, wo muss der Laser hin? Der Eier, der muss da oben an die Wand Hier Irgendwo an die Wand Okay Ich komm mal rüber Kannst du mich, oder kannst du mich irgendwie da hoch bringen? Ähm Also wenn ich hier bin Ja, wenn du, wenn du in den roten Ja genau da reinspringen Jetzt müsste passen Okay, super Ich sehe was du siehst Wow Hm, ah da ist es doch So Ah perfekt Uah Ja, knapp Der Laser ist drin Sehr gut Sehr gut, ich komm auf dieselbe Weise jetzt hoch Stimmt, ist die Tür offen? Beziehungsweise geht die jetzt auf? Jaja Du fällst nur noch Okay, das schmeckt mal Hui Pass nur auf, weil du fliegst voll durch den Laser Dankeschön, das freut mich Oh fuck Oh fuck Tschüss Machst du mal Scheiße Mach einfach das Total weg Oder machst du jetzt weg, genau Ja Guck mal da oben Laser Der Pripzelt voll die Wand Ja Haha Hört ihr jetzt auf? Das ist nicht möglich Loll Was bist du hin? Ja Was war das denn? Loll Sehr schön Bei uns bett ein Mond im Hintergrund, hört man das? Äh, also ich nicht Dann hoffe ich mal die Aufnahme auch nicht Hehehe 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 A button Richtig Halt Lass 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 mal zu